Mach mal getroben, auch wenn das jetzt neuerdings so läuft. Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von Sofakusch.de Ein heiterer Geschichtspodcast mit Abel Xavier Unsinn und Janni Imhof. Da wird mitgeklatscht, wie bei der Hitparade. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend, dem heiteren wöchentlichen Podcast zu Geschichte und Popkultur mit meinem wieder einigermaßen genesenen Dauergast Abel Xavier Unsinn. Hallo. Hallo und mit meinem gerade wieder heimgekehrten Podcast MC Janni Imhof. Hallo. Genau, heute Covid-19 gegen Uso 12. Es gibt auch andere Usos, wenn ihr ein Spirituosenhersteller seid und so weiter. Ihr kennt den Drill. Ja, ich bin wieder da aus dem Urlaub und ich möchte mich nochmal in aller Form für die Rumpelfolge von letzter Woche, die wir da aus dem Archiv gekramt haben, rausziehen. Aber irgendwie ging nichts, aber wir wollten trotzdem was produzieren. Ja, vielleicht machen wir auch einfach mal eine Sommerpause. Habe ich mir auch noch gar nicht Gedanken gemacht. Das große Sommerferienloch kommt ja auf uns zu. Ja, apropos Salat. Ich erzähle Abel und euch jede Woche eine Episode aus der Weltgeschichte, die ich gerade irgendwie bemerkenswert finde, über die ich gestolpert bin. Und du bist jetzt wieder genesen und dementsprechend auch wieder unvorbereitet, richtig? Ich habe so viel Zeit gehabt, unvorbereitet zu sein. Das ist fantastisch. Okay. Heute zähle ich tatsächlich sogar ein bisschen auf deine Expertise, weil ich weiß, das ist ein Thema, wo du einigermaßen drin bist, zumindest teilweise. Ja, sehr gut. Und weil ich es euch und Abel nicht so einfach machen möchte, habe ich am Anfang immer eine falsche Fährte vorbereitet. Und hinten raus besprechen wir immer noch mal die populärkulturelle Verarbeitung des Themas der Woche. Und die ganzen Videos und Lieder, die wir hier erwähnen, die im popkulturellen Zusammenhang stehen mit unserem Thema, die haben wir in unseren Playlists auf Spotify und YouTube untergebracht. Und da ist eins besonders wichtig, da machen wir heute gesondertes Video. Das müssen wir uns auch währenddessen angucken. Aha. Und ja, was wir noch haben in unseren Shownotes ist ein Spendenlink zu buymeacoffee.com, wenn ihr da gerade, aber ich glaube auch, wir brauchen andere Leute Kohle gerade dringender, müsst ihr selber wissen, weiß ich nicht. Willst du noch kurz unsere Social Medias vorlesen? Oh ja, oh ja, das ist eine meiner Kernkompetenzen. Wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, ganz klassisch, dann schreibt ihr die an Geschichte Ungenuegend, in einem durch, Geschichte Ungenuegend at gmail.com Und wenn ihr etwas moderner unterwegs seid und per Twitter uns eine Nachricht schicken möchtet, dann findet ihr uns unter dem Hashtag Handel Ungenugend, ohne Pünktchen, Ungenugend und ohne Geschichte. Ganz genau. Das stimmt. Und Geschichte Ungenügend ist ein stolzer Teil von geschichtspodcast.de, einem tollen, lockeren Netzwerk von supercool, mitunter viel besser als hier recherchierten Podcasts aus allen Ebenen der Geschichte, von bitterernst bis so ein bisschen lustig wie bei uns. Und da könnt ihr echt reinhören und coole Sachen finden. Und ich gucke da auch immer nämlich rein, weil ich kurz vor der Aufnahme nochmal panisch suche, oh Gott, haben die das Thema auch schon mal gehabt? Ah, das ist die Kaffeemaschine. Im Hintergrund unser Special Guest, die Kaffeemaschine, schaltet sich wieder aus. Oh Mann. Alles beim Alten wieder, ne? Ja, ja. Wir sind doch auch hier so ein bisschen, deswegen ist es mit der Sommerpause auch schwierig, wir sind doch hier so ein steter Fels in der Brandung des Lebens, an den sich unsere Hörerinnen und Hörer doch jeden Dienstag anlehnen können. und so brauchen wir Regelmäßigkeiten und ja. Ich weiß das, ich glaube, das ist wirklich für die, ich kann mir das halt immer so schlecht vorstellen. Ich habe ja früher lange in Bands gespielt und da konnte ich halt immer in den hinteren Reihen von dem autonomen Jugendzentrum halt immer die fassungslosen Gesichter sehen. Das war dann sozusagen Instant Feedback, was wir bekommen haben und heute trickelt das so rein. Aber ihr habt noch nicht jeden Dienstag gespielt. Gott sei Dank. Naja, aber was ich meine ist, die Leute tauchen halt so als Zahlen von so Internetplattformen auf in den Stats, die wir uns durchlesen und das ist schon ein bisschen sehr entfremdet. Aber egal. Steigen wir ein mit einem Schiff, nämlich der Kobayashi Maru. Ist ein fiktionales, ziviles Raumschiff aus dem Science-Fiction-Universum Star Trek. Ja. Bekannt durch das Raumschiff Enterprise und die ganzen Kapitäne. Ja. Und ich weiß ja, du hast dir die Pandemie doch ein bisschen mit Star Trek versüßt, oder? Total. Das ist auch schön, dass es jetzt aufkommt, weil ich tatsächlich von der Next Generation an, also die PK und seine ganzen Kumpels an, bis zu Ende Raumschiff Voyager quasi jede Folge gesehen habe, was jetzt ja irgendwie, keine Ahnung, vier, drei, vierhundert. Also das habe ich in den letzten fünf Jahren, glaube ich, so gemacht. Also vor der Pandemie schon angefangen. Und da ist mir das nochmal aufgefallen, weil früher habe ich das nur im Fernsehen logischerweise gesehen. Wir mit unseren 90er, 80er Jahre Popkultur verweisen, sind da natürlich auch mitten dabei in der richtigen Zeit. Und das mal auf Englisch zu sehen und mal in der richtigen Reihenfolge zu sehen, hebt die Qualität dieser Serie unfassbar an, weil tatsächlich diese Characters einfach viel besser sind, als man sie halt im deutschen Synchronisation und alle zwei Wochen mal eine Folge gucken so wahrnimmt. Und die Kobayashi Maru ist, weiß ich nicht, in welchem Zeitpunkt die auftaucht. Dann hast du, glaube ich, an der Kobayashi Maru vorbeigeguckt. Schade. Das ist irgendein Manöver, glaube ich, irgendeine Schlacht, aber ich weiß nicht genau, welche. Die Kobayashi Maru, das ist ein Test der Sternenflottenakademie, um Rekruten und OffiziersanwärterInnen auf Kampfeinsätze beziehungsweise auf Einsätze vorzubereiten. Und den kann man nicht gewinnen und Olles, Streber, Wesley Crusher hat es trotzdem hingekriegt. Ich glaube, sowas war das in die Richtung. Wesley Crusher und das Kobayashi Maru habe ich hier gar nicht drin. Ach so. Nee, der Test erscheint erstmals in der Anfangssequenz des Spielfilms Star Trek 2 Zorn des Khans. Und der kommt auch nochmal im Star Trek von 2009 vor, wo der junge Kadett Kirk den Test berumst. So war es. Weil er nicht an No-Win-Szenarien glaubt. Und das Kobayashi Maru ist sozusagen, du hast mich ganz grob zusammengefasst, wir packen mal die Szene auch vielleicht auf Star Trek 2 in die Playlist. Es ist ein ziviles Schiff in der neutralen Zone im Kriegsgebiet zwischen der Sternenflotte und den bösen Außerirdischen damals noch, den Klingonen. Und es tauchen dann klingonische Kriegsschiffe auf. Und es ist im Prinzip ein designtes Szenario, das du nicht gewinnen kannst, um Leute darauf auch eben vorzubereiten, dass es ausweglose Situationen gibt. Und wie gesagt, der Einzige, der das je geschafft hat im dritten Anlauf, das war Käpt'n James T. Kirk, weil er beschissen hat. Ja. Und ja, die berühmte, das berühmte Szene ist, glaube ich, das ist Kirstie Alley als junge Vulkanierin. Die beschwert sich drüber, halt vor so eine ausweglose Situation gestellt zu werden. Und es geht halt wirklich darum, einfach sozusagen Widersprüche auszuhalten. Und das fand ich ganz clever. und mittlerweile ist das auch teilweise bei, ja, wahrscheinlich doch eher populärkulturell Interessierten, sowas wie, so berühmt wie sowas wie der Catch-22 oder dem Trolley Problem, dass es halt immer irgendwie Abwägungen zwischen so Schicksalen gibt und dass du, ja, nicht immer sauber aus einer Situation rauskommst. Ja. Das war's jetzt eigentlich auch schon zur Kobayashi Maru. Und wir machen jetzt mal einen Pin rein, ähm, wir haben Geldautomaten und sprechen über jemanden anderen, der aber auch einen japanischen Namen trägt, nämlich über Shirase Nobu. Und das ist so, in Japan kommt der Nachname vorher, also der Familienname und das ist Shirase und der Vorname ist Nobu und die meisten Zeit nennen wir ihn jetzt Nobu und die anderen japanischen Namen, die vorkommen, werde ich wahrscheinlich auch fürchterlich falsch aussprechen. Entschuldigung schon mal dafür. Und der kommt am 13. Juni 1861 in Konura in der Akita-Präfektur zur Welt. Das ist, ähm, das kennt man nicht, das ist im Norden Japans. Ja, okay. Und da kann es nachts und im Winter immer schon mal empfindlich kalt werden. Und Nobu ist Sohn eines buddhistischen Mönches und du als ausgewiesener Experte für japanische Geschichte, du hast ja diese tolle Dreisatz-Zusammenfassung mal gemacht, dass zu dieser Zeit das Tokugawa-Schugunat in Japan herrschte und Japan immer noch weitestgehend vom Rest der Welt abgeschottet war. Ja, die hatten keinen Bock auf Ausländer. Genau. Das änderte sich dann in der sogenannten Meiji-Restoration, sagt, sagt die englischen Historiker immer in meinen Fällen. Und das war nach einem Bürgerkrieg 1868, 69, da wurde eben dieses Schugunat ersetzt durch die Meiji-Dynastie und es begann ein langsamer Prozess der Öffnung und in Anführungszeichen Modernisierung. Okay. Und eben auch viel Austausch mit dann eben den westlichen Nationen. Und das führt, und da verkürze ich hier extrem, zu krassen ökonomischen und sozialen und kulturellen Umwälzungen in Japan. Kannst du was, ich stelle mir das so vor zu der Zeit, dass das halt ja wahrscheinlich wie überall auch langsam die Industrialisierung Einzug erhält, aber eben in Japan wahrscheinlich viel später, weil die eben sehr konservativ, mein Vorurteil jetzt, konservativ in den Gesellschaftsordnungen noch sind. Und deswegen wird das hier wahrscheinlich auch ein sehr bäuerlich geprägtes Land sein mit irgendeiner aristokratischen Führungskaste, die sich da irgendwie von den Bauern ernährt, so wie das sonst überall auf der Welt wahrscheinlich auch gewesen ist. Und die sich aber dann langsam international so ein bisschen abgehängt sehen, weil überall die Industrialisierung losgeht, die wollen benutzt werden, sind aber selber ja schon eben nicht so ein Land, was eben sehr autark unterwegs war, aber sich dementsprechend halt auch allen anderen überlegen gefühlt hat, weil sie halt sich gar nicht in Konkurrenz mit anderen gesehen haben. Ich weiß nicht genau, wie das da mit China und so hin und her ging in der frühen Neuerzeit, aber erstmal haben die, glaube ich, alle für sich da erstmal viel gemacht. Ja, ich fürchte, da müssen wir auch mal an andere Werke verweisen, weil da kann ich jetzt auch nicht so tief rein. Und ich bin da auch nicht so drin. Ich habe einen riesen Japan-Fimmel irgendwie seit ein paar Monaten, und fuchse mich da aber erst so langsam rein. Und was es halt dann gibt, ist, du sagtest ja schon mal sowas mit Industrialisierung, dann gibt es auch mehr so die Herausbildung von einer urbanen Schicht. Also sowas wie Lesen und Schreiben verbreitet sich mehr und es gibt auch mehr Unterhaltungsliteratur. Okay. Und diese Unterhaltungsliteratur landet auch beim jungen Nobu und der wird, was man, glaube ich, ein bisschen salopp sagt, als ein Bücherwurm. Und was er am liebsten liest und was ihm am meisten begeistert, sind Geschichten über Entdecker. Und das war halt für Japan sehr neu und ungewohnt, weil, wie gesagt, man wäre eher abgeschottet und hat eben nicht irgendwie Erkundungs- und Entdeckungsbestrebungen gehabt, wie jetzt, sagen wir mal, andere Nationen. Nehmen wir mal europäische Nationen. Da hatten wir ja schon früh sowas wie die Entdeckung von Gegenden, die schon längst vorher entdeckt waren durch die Leute, die da wohnten. Es ist ja auch ein Unterschied und das wäre in dem Moment auch ganz interessant. Es ist ja auch ein Unterschied zwischen Entdecken und Einflussgebiete erschließen und die Ressourcen für sich selber in Anschlag bringen zu wollen. Denn es werden ja auch schon vorher Leute, die nicht Japaner sind, in Japan gewesen sein und auch Kontakt gehabt haben werden am Hof oder wo auch immer die dann da rumsitzen. Also die werden ja schon was mitgekriegt haben von der Welt, aber das ist halt anders, als wenn du gleich deine ganze Armee losschickst, um irgendwie das Gold da wegzuschleppen. Genau. Und was in dieser Kultur und es kommt halt so Literatur rein und was sich halt auch ausbildet, ist so eine neue Kultur aus so was wie Sport, Maskulinität, Heldentum, so eine, ja, polemisch vielleicht eine Mackerkultur. So, das ist halt auch so was wie so ein Heldentum. Das wandelt sich dann halt so ein bisschen. Das sind dann eben nicht mehr so die mittelalterlichen Vorbilder und wie gesagt, bei Nobu sind es halt ganz klar nicht Japaner, die er toll findet und es sind eben diese Entdecker und ein dieser Entdecker, den er da besonders, oder eine der Geschichten, die er besonders mag, ist die Suche nach der sogenannten Nordwestpassage, also die Schiffsdurchfahrt zwischen Alaska und Russland. Das ist ja auch mehr oder weniger ums Eck. Ja, und das begeistert ihn so sehr, dass er selber gerne Entdecker werden möchte. Also, wir kamen so ein bisschen, ich werde Feuerwehrmann, also Kinder, die irgendwie Berufswunsch haben, ja. Was für einen familiären Background hat der, das habe ich nicht mitgeschnitten. Ah, sein Vater ist buddhistischer Priester, die Mutter, furchtbar, kommt nicht in der Literatur, war vor, gibt's, war verschwunden, ja. Aber das heißt, der hat auch schon, das heißt, der hat einen gewissen finanzielle Unabhängigkeit. Ich weiß nicht, wie da die Kleriker irgendwie in Japan unterstützt worden sind. Aber was so rauskommt, er lebt jetzt nicht irgendwie in Elend und Armut, er hat Bücher. Das ist schon, das ist schon was. Und er wird auch später ein Buch schreiben über, einmal das Thema, was wir gleich die nächste halbe Stunde haben, aber auch über seine Kindheit. Und da sind dann auch so Anikdoten drin, wie er mal in einem Kanonenrohr eingeschlafen sei und wie er mal beim Klettern von einem zehn Meter hohen Tempeldach gefallen ist und sowas. Und er stellt sich auch gerne und so sieht er sich glaube ich selber so ein bisschen ein Draufgänger wie in seinen Lieblingsgeschichten. Nun, der Vater hätte gerne gehabt, das wissen wir, dass der Sohn auch ein Priester wird und in die, sozusagen in die Fußstapfen tritt, aber Nobu will, er will Entdecker werden, er will was entdecken. Und der Weg dahin für ihn und was auch dann vielleicht auch so ein Mittelweg ist karrieretechnisch, ist sein Eintritt nach dem Schulabgang 1879 in die imperiale Armee. Und nach zwei Jahren wird der junge Nobu Leutnant im Transportchor, heißt es dann in der englischen Literatur und bin alles andere als ein Militarist. Ich nehme an, er war halt irgendwie in so einer Logistikeinheit und ja, weiß ich nicht genau, was er da gemacht hat im Großen und Ganzen, aber was er definitiv da, spätestens da macht, ist sich so einen persönlichen Lebenskodex verordnen. Ich glaube, da lernen wir auch ein bisschen was über seine Persönlichkeit und der Lebenskodex lautet wie folgt, keinen Tabak rauchen, vernünftig, es ist ungesund, Kinder, fang da nicht an, kein Alkohol, ja, ist auch, kann man auch machen, sehr vernünftig, kein Tee, ach, ja, das klingt sehr straight edge, das klingt sehr straight edge, wir wissen jetzt auch, schön, dass du sagst, bei der nächsten Zeile hier bei mir, jetzt sind wir an der Stelle, wo wahrscheinlich auch Ian McKay, Musiker in der Band, unter anderem Minor Threat und einer der bekanntesten Vertreter der Straight Edge Bewegung, der hätte dann gesagt, geht's auch nur noch mal kleiner, weil das nächste, nämlich was er sich versagt, das ist nämlich kein heißes Wasser. Okay, ja, weil, wie, weil, geht ja auch kalt, ja, also ich muss, also der Gedanke, dieser Straight Edge Gedanke, ich muss stärker als meine Bedürfnisse sein, weil, damit ich ein cooler Typ bin, das ist doch der gleiche Gedanke. Ja, ich kenne mich jetzt mit, wenn ich jetzt Askese sage, dann macht das ein ganz anderes Fass auf, aber sagen wir mal so, Enthaltsamkeit ist, auf jeden Fall, kann man das hier neutral formulieren, so, und, ähm, schlussendlich, sich nicht am Feuer aufwärmen. Ja, das passt ja alles dazu. Es ist nicht überliefert, aber er je gelüftet hat. Ähm, ähm, ja, ansonsten, es gibt auch in seiner Biografie, ist, ähm, er hat jetzt irgendwie weder, weder Frau noch Kinder noch andere Beziehungen, die irgendwo dokumentiert sind, also wahrscheinlich hat er auch die Hände über der Bettdecke gelassen, aber wissen wir nicht. Ja, nee, so mit so einem will man ja auch nichts zu tun haben, das war der Spaß der Beziehung. Ich, vielleicht war er ein lustiger Typ, so, auf jeden Fall konnte er wohl, schreiben und Geschichten erzählen, weil, ja, hören wir gleich noch, und, ja, Militär, was macht man da noch? Leute umbringen. Richtig, er nimmt 1905 am, am russisch-japanischen Krieg teil, und er ist da schon 44, muss man auch, also das ist schon eine lange Karriere auch im Militär, und er bleibt auch Leutnant. Genau, über den, bei dem Krieg gehe ich jetzt nicht ins Detail, das kann man anderswo nachhören, und, ähm, sonst gibt es auch wieder Fanpost, was er aber vorher noch macht, und er nimmt 1893 an einer Expedition teil, deren Zweck es ist, eine Kolonie auf der nördlichsten der Chichima-Inseln zu etablieren. Die kennen wir vielleicht eher unter der Bezeichnung, die Russland dafür hat, die Kurilen. Das ist so eine Inselkette zwischen Kamtschatka und Japan, die, da, da, da hasseln die doch immer noch drum rum, wer da jetzt seine Fahne auf den Felsen stecken darf. Ja, ever since, und auch nach dem russisch-japanischen Krieg, gibt es dann auch so ein Friedensverdauung, obwohl Japan das Ding haushoch gewonnen hat, büsten die dann die Halbinsel Sachalin ein, und das ist irgendwie ganz haarsträubend, wie gesagt, das muss man woanders nachhören, jetzt nicht bei uns, und diese Expedition diente tatsächlich dem Zweck, auf der nördlichsten dieser Chichima-Inseln, eine Kolonie zu etablieren. Wie groß ist denn das? Nicht so groß. Das ist kalt, das ist vulkanisch, das ist karg, da ist nichts los, das ist härtestes Leben, und diese, diese in Anführungszeichen Besiedelung, oder zumindest in Anspruchnahme und Kolonisierung dieser Insel, er ist da nicht federführend dabei, sondern irgendwie zweiter oder dritter oder vierter in der Kommandostruktur, aber das Ganze ist unheimlich mies vorbereitet, und führt in Summe dann dazu, dass zehn Leute, die an dieser Expedition beteiligt sind, auch sterben, hauptsächlich Skorbut, also Versorgungslage schlecht, das ist unheimlich schlecht geplant, und dieses, aber er hatte da halt Bock drauf, oh, Entdeckertum, und es geht ja irgendwie, er kommt ja aus einer Gegend, wo es nie so warm ist, und das wäre im Prinzip schon seins, und er sitzt ja auch nicht gerne am Feuer, er kann das gut ab, nur die anderen eben nicht, und dementsprechend wird es ein ziemliches Desaster, nur das bremst seine Abenteuerlust und seinen Entdeckerdrang in keinster Weise, er denkt sich, ja, das muss man jetzt nur mal besser planen, er nimmt es mit als eine Lernerfahrung, und dann, noch nördlicher und noch karger, genau, und was ist noch nördlicher und noch karger? Die Nordwestpassage, und was ist noch nördlicher und noch karger? Der, die Arktis, und da, noch nördlich, am allernördlichsten, du meinst, so nördlich, dass alle, egal in welche Richtung ich gehe, ich nach Süden gehe? Ich komme dir gleich da rüber, Ja, das meine ich. Ah, okay, Nordpol. Der Nordpol, da, da möchte er hin, er möchte den Nordpol entdecken. Nun müssen wir auch mal ein bisschen, also, es gibt Expeditionen in Richtung oberes und unteres Ende der Weltkugel, gibt es schon vorher, hauptsächlich, viel Exploration, sowohl in Richtung geografischen, als auch magnetischen Pol, die reichen ja voneinander. Die Sache mit dem Südpol ist ja total berühmt, dieses Rennen zwischen Ronald Amundsen und Herrn Scott. Ich vergesse da seinen Vornamen immer, oder waren Sie beim Nordpol? Nee, das war der Südpol. Ja. Das war, ich glaube, Scott hatte seine Augen irgendwann auch mal in Richtung Nordpol, aber das war... Da wurde ja Scott halt irgendwie zwei Kilometer vor seinem Heimatcamp dann irgendwann wegfriert. Das war Robert Falcon Scott, genau, und da, hier, ich wähle mit meinen Zetteln, genau. Ja, der Nordpol, das wird dann irgendwann, wir sind jetzt schon, und wir machen jetzt mal einen Sprung, wir sind jetzt schon im 20. Jahrhundert wieder und es ist dann 1908 oder sowas, gibt es ein paar Leute dann mit dem Claim, auch am geografischen Nordpol gewesen zu sein und den besten Claim hatte Robert Perry. Mhm. Und Nobu denkt sich, oh ja, dann war es das jetzt mit der Nordpol-Entdeckung für mich. Was kann ich denn noch machen? Dann denkt er, wir sind Südpol? Ja. Ach. Ja, und das ist wirklich, es ist jetzt nun auch die Zeit, so auch die Hochzeit des Imperialismus, wir hatten gerade am Anfang ja schon mal kurz drüber gesprochen, so die heldenhafte Art und Weise, die letzten weißen Flecken, in Anführungszeichen, das sind natürlich nur die weißen Flecken der weißen Leute. Ja, klar. Wobei nun du tatsächlich am Südpol und am Nordpol eine Menge weiße Flecken hattest, literally. Ja. Gut. Ja, zumal es ist ja eher so ein, ich glaube, da geht es dann das politische Interesse des Imperialismus mit dem theoretischen, wie sagt man dazu, Überbau, also was sich dann Individuen dazu ausdenken, eine Welt zu entdecken, ein bisschen auseinander und da geht es dann ja wirklich erst mal um, so wie Leute heutzutage irgendwie den Mount Everest als erster besteigen wollen oder sowas, ein paar Jahre später, irgendwas machen, was noch keiner vorher gemacht hat für den persönlichen Ruhm beziehungsweise die Ehre, dessen Landes da irgendwie ein bisschen hochzuhalten. Ich glaube aber nicht, dass da besonders viele Interessen mit verbunden waren, als erster dort oder dort gewesen zu sein. Ganz fantastisch, dass du sagst, ich glaube, du hattest einmal halt wirklich so dieses, ich will hier der Held sein, ich will meine, ich will da jetzt sein, als ich, so, ich bin der Held, ich mach das jetzt hier, meine Entdeckung, so, sich selber, sich selber vielleicht auch, sich selber historisieren und für sich selber einfach diesen, ich glaube, das ist schon so ein, ich glaube, es fühlt sich schon ziemlich gut, wenn du als Erster irgendwas gemacht hast oder so. Und dann, aber ja, haben wir auch die, ich mach jetzt die Geste, wie eine Fahne in den Fußboden gesteckt wird, das ist ja sozusagen die Flagge für das Land und dann gibt es aber eben auch noch so die, die wissenschaftliche Expedition. Und gehen wir gleich nochmal so, wie diese unterschiedlichen Zwecke teilweise eins sind, teilweise sich widersprechen, teilweise sich ergänzen, fand ich auch sehr bannend, weil ich mir im Rahmen auch dieser, du sprachst ja von dem Rennen zum Südpol, mir auch nie Gedanken gemacht, ja, was machen die denn da? Also, wie machen die das gleichzeitig? Und du erwähntest ja schon Robert Falcon Scott und Roald Amundsen und die hatten nämlich auch unterschiedliche Ziele bei der Geschichte und unterschiedliche Herangehensweisen. Machen wir gleich. Und nun sagt sich Shirazenobu aber auch, ja, Südpol, da fahre ich hin, ich hisse die Flagge Japans am Südpol und jetzt ist die Pointe natürlich ein wenig hin, wir wissen, dass Shirazenobu nicht der erste Mensch am Südpol war. Ja, ich denke, das war aber auch schon vorher bekannt. Das war schon vorher bekannt, ja, Spoiler Alert, es war natürlich Roald Amundsen aus Norwegen. Ja, wir machen die beiden anderen gar nicht so sehr im Detail. Es gibt halt diese unglaublich tragische Geschichte, du sagtest, dass kurz vor seinem Versorgungscamp ist der, ist der gute Scott da auch gestorben auf seiner Expedition und die meisten seiner Expeditionsteilnehmer, die sich dann aufgemacht haben auch und die sind halt ein paar Wochen nach Amundsen am Südpol angelangt und haben da eine norwegische Flagge und ein Zelt gefunden und sich gedacht, oh, und auf dem Rückblick sind dann echt zahlreiche davon gestorben und es war wirklich nicht so gut gelaufen. Aber zurück zu Nobu. Der geht zur japanischen Krone, stellt da seinen Plan vor, seine Idee und sagt, das wäre doch was für die erstarkte japanische Nation. Und wir sprachen ja auch von, es gibt ja imperiale Bestrebungen und das wäre doch vielleicht was, so putting Japan on the map. und ja, da dreht man ihm aber eine lange Nase und sagt, nee, nee, machen wir, nee. So was machen wir ja nicht. Ja, und er geht auch zur, dann denkt er sich, ja okay, wenn wir es jetzt nicht vielleicht so als imperiales Chingerasabum machen können mit Fahnehissen und Weltruhm, dann machen wir vielleicht einfach eine wissenschaftliche Expedition drauf. und er klappert sozusagen die wissenschaftlichen Institute Japans ab und da sagt man ihm halt eben auch, ach nee, nee, lass mal. Nee. Äh, bin da nicht so für. Wir sind nicht so. Wahrscheinlich haben Sie exakt das so auf Japanisch gesagt. Ich kann kein Japanisch oder nur sehr, sehr wenig und sehr schlechtes. Aber wir sind jetzt schon noch so kurz nach diesem russisch-japanischen Krieg zeitlich, also so Nullerjahre. Genau, Nullerjahre, ja so 1908 und 1909, da geht er vergeblich Klinken putzen. Ja. Und dann findet er aber doch einen mächtigen Gönner, nämlich den ehemaligen Premierminister und Adligen und immer noch hoch angesehenen Shigenobu Okuma. Und der erklärt sich bereit, seinen Friedrich Wilhelm da drunter zu setzen und zu sagen, ja, das ist hier ein gutes, mach da mal mit, das ist ein gutes Ding. Dann finden sich darüber auch eben Geldgeber und Gönner. Und er geht dann auch an die Zeitungen und er nimmt dann halt eben nicht mehr, er sagt, es heißt dann nicht, ja, das machen wir jetzt für die Wissenschaft oder das machen wir für Japan, sondern hier Südpol und zu dieser Zeit sind die Pole dann auch irgendwie im öffentlichen Bewusstsein, weil es gibt halt diese Expeditionen dahin. 1907 war der berühmte Shackleton da, der hatte 1907 auf seiner Expedition sein Auto dabei. Es ist alles schon viel abgegraster und viel ambitionierter, als ich es mir vorher vorgestellt hatte. Die Karre ist natürlich nicht angesprungen, aber er hat sie mitgenommen. Ja, aber du hast halt, wollte ich gerade sagen, du hast halt dann eben schon die meisten Teile der Erde, die irgendwie interessant sind oder die man sich gut vorstellen kann. Es geht ja nicht um irgendwelche Dörfer oder irgendwelche Nichtsgegenden in Sibirien, sondern es geht ja um so Orte, die halt logisch vorstellbar sind wie Nord- und Südpol und dass man da halt dann mal irgendwie sein will. Höchster Punkt der Erde, tiefster Punkt der Erde, nördlichster Punkt der Erde, so ein Zeug halt. Ja, wobei das schon ganz schön abstrakt ist, du stehst da. Ja, klar, also der Natur ist das völlig schnuppert, wo das ist, ob du 10 Meter weiter östlich bist, also nördlich bist oder nicht. Also höchster Berg ist, glaube ich, eher greifbar. Naja. Any who's will be. Er hat jetzt Klinken geputzt, bis sie glänzen und er hat jetzt genug Kohle zusammen für eine Expedition. Aber er hat jetzt keine wissenschaftliche Crew. Er hat sozusagen der wissenschaftliche Leiter der Expedition wird Takeda Terutaro und er ist Erdkundelehrer, wenn ich die Quellen richtig gelesen habe. Er hat noch insgesamt, er hat also eine Mischung aus dann eben die Crew seines Schiffes und dann seine Expeditionscrew und das Schiff, das ist die Kainan Maru und die Kainan Maru ist ein umgebautes Fischerboot, etwa 30 Meter lang für eine Besatzung von 30 Leuten. Das ist ein hölzerner Schoner, der wird aber noch mit Stahlblechen oder zumindest irgendwie mit Blechen verstärkt und mit zusätzlichen, der Rumpf wird verstärkt und mit einer viel zu schwachen 18 PS starken Dampfmaschine nachgerüstet. Und ja, das kann man schon irgendwie machen, wird aber schon auch damals, war der sich da nicht vielleicht ein bisschen zu viel zugemutet? Nichtsdestoweniger bricht Nobu mit Crew und wissenschaftlicher Truppe auf am 29.11.1910 und wer mitgezählt hat, unser Dude ist schon 49. Ja, ja. Wenn du dir die Bilder anguckst, er sieht unheimlich jung aus, sein ganzes Leben lang wurde auch irgendwie so ein jungenhaftes, strahlendes Gesicht gehabt, das dann so aus so dicken Seehundfällen und Pelzen so rausguckt. Also ganz toll, Bilder verlinke ich auch, wir haben ja ein paar tolle Sachen. Und ja, unterschiedlich, einige Leute in der Literatur sagen, ja, das war jetzt unter wenig Jubel und wenig Beachtung der Öffentlichkeit ist er losgefahren. Andere sagen, da war noch ein großes Hallo, die sind mit vielen anderen Schiffen zusammen aus dem Hafen ausgelaufen und es gab irgendwie Feuerwerk und in den 80ern hat man gesagt, Trockeneis und Laser. Also es ist ein bisschen unklar, ich glaube, es waren schon einige Leute da informiert und begeistert und vielen war es aber auch egal, keine Ahnung. Und der Plan war es, im Februar in der Antarktis anzukommen, dort vor, und dort, wie sagt man da, vor Ufer zu gehen, wie sagt man, an Land zu gehen, Entschuldigung, dort an Land zu gehen, zu überwintern und dann gegen, aber das ist Sommer, dann zu überwintern, also von Februar bis Oktober oder was. Genau. Da ist dann der, um dann im Frühling quasi loslaufen zu können. im Südhalbkugel Frühling, dann Ende 1911 sich zum Pol aufzumachen, 700 Kilometer, von da, wo sie anlanden wollten, waren so, glaube ich, so 700 Kilometer hin und zurück. Der Plan war so, das in 150 Tagen rund zu schaffen und Ende 1911 wieder da zu sein. Und das ist alles schon so halbwegs kartografiert gewesen? Wir waren schon mal da und es gab auch Expeditionen zu dieser Zeit und da waren auch ein paar Deutsche dabei und ich hatte Shackled 1907 schon erwähnt und da war auch schon einiges kartografiert, aber es war halt eben und es war auch schon jemand am magnetischen Südpol, aber es war noch niemand am geografischen Südpol, weil das Schweineweit ist und es ist ziemlich kalt und es ist ganz schön anstrengend und es ist bergig und das ist allen halben halt zu der Zeit ein riesen Abenteuer. Heutzutage wohl auch noch. I suppose so. Und es läuft nicht gut. Vor allen Dingen ist die Kainan Maru zu langsam und zu schwer. Achso, genau. Sie haben auch noch ungefähr 30 Leute und man hat noch 30 sibirische Schlittenhunde dabei. Okay, und wo? Ja, die armen Schlittenhunde auf der Überfahrt. Ja. Aber wo fahren die dann lang? Wo? An welcher Ecke von der Anderarktis landen die dann an? Also bei Afrika, bei Australien, bei Südamerika? Exzellente Frage, weil das kommt nämlich als nächstes. Man landet an, ist jetzt hier schwer zu zeigen, aber heute wieder Atlas-Folge. Könnt ihr auch mal gucken, wenn die Gegenden, die ich hier erwähne. König-Josef-Land gibt es, glaube ich. Und das ist relativ nah dran. Und das ist nämlich eine Route über Neuseeland. Beziehungsweise dann kommt man eben leicht lädiert im Februar 1911 in Wellington, in Neuseeland an. Und es sind auch schon zahlreiche der Hunde tatsächlich gestorben auf der Überfahrt. nochmal Trigger-Warnung. Für Hunde geht die ganze Geschichte allen halben überhaupt nicht gut aus. Tut mir wahnsinnig leid für alle HundefreundInnen. Ja. Auch sonst Trigger-Warnung, Tierquälerei from here on out. Ja, nach drei Tagen in Wellington. Also man ist da erstmal wie, was hattet ihr vor? Mit dem Ding? Okay. Okay. So, so. Vor allem die Frage, und warum? Sie waren in Neuseeland, um da nochmal aufzustocken. Da haben die Leute gesagt, boah, habt ihr euch das gut überlegt? Und dann sind sie trotzdem gefahren und dann sind sie, dann ging es nicht zurück und dann sind sie nicht zurück nach Neuseeland. Sorry, das müssen wir irgendwie reparieren. Dann sind sie nach Australien zurück, um da, zu überwintern. Okay. Sie landen in Sydney. Und in Sydney werden die Japaner wie Helden empfangen. Nein, natürlich nicht. Da haben sie dann mit Rassismus zu tun. Als erstes werden sie erstmal als Wilde, als Gorillas bezeichnet. Dann verdächtigt man sie der Spionage und so weiter. Aber sie bekommen dann auch prominente Unterstützung in Form von Tenet Edgeworth David. ein australischer Geologe. Der war im Vorjahr mit Shackleton und der Nimrod hatte der den magnetischen Südpol erreicht. Und der hatte wohl ein Anwesen in einem Vorort von Sydney und hat die Dudes da campen lassen und hat Nobu auch bei der Modernisierung seiner Expedition geholfen. Der Kapitän des Schiffs hat sich in der Zeit nach Japan aufgemacht, um nochmal mehr Geld einzusammeln. und vielleicht auch nochmal. Ich dachte, der hatte keinen Bock mehr. Ohne Kapitän weiter. Nee, die waren nach wie vor Mit dem Verrückten, da fahre ich nicht nochmal da runden runter. Die waren nach wie vor wahnsinnig ambitioniert. Und Nobu gibt da auch nicht auf. Und ja, im Prinzip hatte er auch Glück im Unglück. Ohne diese Modernisierung und wenn die da angelandet werden, die wären gestorben, wie die fliegen. Also oder wie was, was einfriert. Weiß nicht, was stirbt, weiß nicht, was da einfriert. Keine Ahnung, aber die hatten halt dünne Schlitten und dann durch die Unterstützung von David und noch anderen und noch mehr Geld aus Japan, also mittlerweile auch hochverschuldet der gute Shirase Nobu. Und sie sind dann im Wintercamp und werden neu ausgerüstet und als Gegenleistung schenkt Nobu Edgeworth David ein Samurai-Schwert, das er vorher bekommen hat. Das war ein 350 Jahre altes Schwert und das ist heute in Australien im Museum und JapanerInnen gucken sich das immer noch gerne an, wenn sie da sind. Ja, du sprachst ja, wir hatten ja die beiden guten Scott und Amundsen, hatten wir ja schon erwähnt, die dann irgendwie zu einem Rennen kam und die waren dem ganzen, ja. Ja, das ist doch auch sowas um den Dreh rum, 12, 11, 12, 13. Das ist genau zu der Zeit. Ach. Im November 1911 sind Scott und Amundsen ihm weit voraus, weil die haben es nämlich geschafft, im Frühling diesen Jahres da anzulanden und da zu überwintern. Die können jetzt gleich sozusagen, die können gleich loslaufen, wohingegen Nobu erst nochmal in die Antarktis fahren muss. Das ist quasi also der dritte Teilnehmer eines Wettredens, von dem er nie gehört hat. Der hat auch, ja, und es wurde ihm auch wohl angekreidet, er habe nämlich von vornherein gesagt, ja, wir wollen zum Pool fahren oder er hätte es nicht gesagt und jedenfalls wurden die da auch diskreditiert, aber die haben nie, also der hat nie explizit irgendwie mit den anderen kommuniziert und gesagt, wir lehnen uns jetzt aus dem Fenster und wir fahren da hin, das war so sein Ding. Er hat so parallel seinen Film gefahren und er wollte aber vor denen da sein und das hat er jetzt gemerkt, okay, das klappt nicht. Aber es gibt ja noch genug, wir sprachen ja von den literally weißen Flecken und dann machen wir eben was anderes. Und am 19.11. läuft die Kainan Maru aus und erreicht ohne große Zwischenfälle das antarktische Festland oder Eis-Dings, ja. Und am 19., also man segelt dann halt so, dann da erstmal weiter rum. Und am 19.11. 1912 erreicht die Kainan Maru die Walfischbay und da liegt die Fram, das Schiff von Roald Amundsen vor Anker und sie machen sich dann weiter auf ihre Expedition, die Japaner, aber sie haben tatsächlich den zurückkehrenden Amundsen um eine knappe Woche verpasst, der vom Südpol zurückkam. So nah dran war das halt durchaus. Und an der Stelle hatte ich so ein bisschen das Gefühl, boah, vielleicht hat er sich gerade nur da gedacht, boah, vielleicht greifen wir doch nochmal an. Wenn wir richtig beeilen. Aber nein, ich glaube, er kommt da wirklich zur Vernunft. Er weiß halt, okay, das schaffen wir mit der Crew, das schaffen wir mit der Ausrüstung und so weiter nicht, aber wir machen jetzt hier, wir entdecken jetzt trotzdem irgendwas. Und was er dann macht, ist, was ich... Und was gibt es da zu entdecken? Entdecken sie jetzt irgendwie die Monster der Tiefe oder so? Kommt jetzt hier irgendwie Lovecraft Country raus? Davon hätte man dann, glaube ich, doch nochmal gehört, oder? Und dann... Wer weiß, wie lange der alte Cthulhu braucht, bis er da sich rausgebuddelt hat. Aber das passt wieder ganz gut zu meiner nächsten Zeile. Er macht nämlich dann, was sich in der Geschichte von Expeditionen und in der Geschichte von Rollenspielen wie Dungeons & Dragons immer als gute Idee erwiesen hat. Er teilt seine Crew auf. Er selber ist mit drei weiteren Leuten und 20 Hunden so weit nach Süden vorgedrungen, wie es nur irgend ging. Zehn Tage hin, zehn Tage zurück. Nicht weiter... Aber jetzt, der Plan ist, der Südpol ist jetzt abgekarkt und wir haben ja trotzdem einen riesigen Kontinent, den keiner kennt. Wir latschen mal drauf los, vielleicht finden wir irgendwas. Genau. Sie sind nämlich die Ersten, die auf der König Edward der siebten Halbinsel anlanden. Und da laufen sie in unterschiedliche Richtungen, also ein anderer Teil der Crew und das wird dann eben kartografiert und sozusagen entdeckt. Okay. Also das sind dann immer schon so, ich glaube, die schreiben sich dann halt so ins Aufgabenbüchlein, so jetzt waren wir erstmals da, also so, dass wir irgendwie irgendwelche anderen Firsts hatten. Wir waren vielleicht nicht die Ersten da, aber wir waren jetzt die Ersten auf der König Edward der siebten Halbinsel. Dazu muss ich jetzt schon nochmal was fragen. Man kennt ja immer Bilder von abschmelzenden Polkappen und dem ganzen Gedöns und da taugt dann Land auf und so. Meine Vorstellung von der Antarktis ist jetzt aber schon, dass das alles unter Eis ist, das Land. Außer so ein paar Bergspitzen vielleicht. Das heißt, die laufen da wirklich nur über Eis oder ist da schon irgendwie auch mal ein bisschen was freigetaut im Sommer? Ja, zeige ich dir gleich. Der Südpol selber ist einfach aus einem weißen Hochplateau mitnüscht. Aber es gibt dann große Gletscher und ja, es gibt auch Berge und im Sommer, dann sieht man eben gerade noch weiter nördlich, also je weiter nördlich man geht, ist auch nochmal mehr Land dran. Vielleicht hast du mal eine Doku über Pinguine gesehen. Ja. Vielleicht. Oder in einem Emotionsfilm. Es ist noch viel Eis auch dabei. Ja, es ist noch viel Eis dabei, das stimmt schon. Also nicht Grönland oder so? Nee. Naja, wie gesagt, sie entdecken... Die latschen da also über diese Halbinsel. Ja, sie entdecken halt dieses oder jenes und schreiben das halt eben auf und kartografieren das. Sie bauen halt auf existierendem Kartenmaterial auf, erweitern das und es ist sozusagen ihr Beitrag zu dieser Entdeckung. Sie sind nicht die Ersten am Südpol, das ist Amundsen. Aber was sie halt auch machen ist, überleben. Am 3. Februar sind alle Japaner weitestgehend irgendwie unverletzt und unverfroren zurück auf der Kainanmaru. Zwar nicht mit dem Südpol, aber mit ein paar anderen Entdeckungen und noch einigen geologischen Proben. Und motiviert von diesem wundervollen Erfolg denken sie sich, das ist auch richtig. durch. Nee, mittlerweile ist das Geld ist endgültig alle. Ach so. Und die Japaner haben es tatsächlich geschafft, alle Japaner schaffen das Leben zurück aufs Schiff, aber tatsächlich kein einziger Hund überlebt das. Also, ja. Und am 12. Juni 1912 läuft die Kainanmaru in Tokio ein und die Bewertung der Rückreise wird auch nochmal unterschiedlich dargestellt. Ähnlich wie bei der Abreise. Die einen sagen, dass es ein großes Hallo gegeben hat und man hat sich aber dann, aber alle sind sich da alle in der Literatur einig, dass es nie die große Heldenverehrung wurde für Shira Zenobu. Ja. Und ich glaube, die beste Zusammenfassung und auch der beste Kalower in meinem Skript hier ist, dem Gegner des heißen Wassers wird ein lauwarmer Empfang beschert. Ja. Ja, und er hat aber auch schon so an seiner Selbsthistorisierung auch gearbeitet. Er hat sich Notizen gemacht, Tage hoch geführt, das dann auch später veröffentlicht als so eine Art, ja, das ist halt eine der wichtigsten Quellen eben dafür, aber es ist halt die Darstellung aus seiner Feder dementsprechend. Ja. Das ist nämlich auch, aber was sie auch haben ist ungefähr 40 Minuten Filmaufnahme. Und das ist jetzt das Video, das findet ihr jetzt, die uns zuhört, findet ihr das direkt oben in den Shownotes und das guckt ihr euch jetzt an und ich zeige es jetzt hier in der Zeit aber, Moment, guckst ihr jetzt Penguins an. Ich gucke mir jetzt Penguins an, alles klar. Was machen die mit den Pinguinen? Was machen die da? Was machen die denn mit diesen Pinguinen? Die schubsen die Pinguine rum. Ist doch nicht cool. Stehen die Pinguine wieder. Das rettet wieder hinter den Pinguinen hinterher. Was macht die jetzt? Da stupst er sie wieder über den Kopf. Warum stupst er die dann hin? Die sind nach, die fahren in die Antarktis um den Pinguinen rumzuschubsen. Was sind denn das für Menschen? Ja, das sind halt keine Biologen. Oder so. Die sind ja keine Wissenschaftler. Stehen sie wieder. Sie sind verteilt Backpfeifen an Pinguine. Oder wollen sie die fangen? Der eine stellt ihm ein Bein. Tritt den Pinguinen. Platsch. Schmeißen sie ihn hin. Vielleicht fühlen sie sich irgendwie beleidigt, weil die Pinguine laufen und denken, die müssen lieber auf den Bauch fallen. Das war für alle von denen das erste Mal, dass sie Pinguine gesehen haben und das ist dann, was sie gemacht haben und ich glaube, das wirft einem bisschen einen Schatten auf diese heldenhafte Geschichte, dass sie sich da diesen Pinguinen aufhören wie die allerletzten, also pardon my friend, wie die allerletzten Arschlöcher. Naja, also so ein bisschen, es ist, naja, die scheinen die jetzt ja einfach auch nicht, da rennt er einfach dieses Bild, die scheinen die jetzt ja auch da nicht irgendwie umgebracht zu haben, sondern es ist einfach so ein bisschen, ich weiß auch nicht so genau, so zweckfrei, aber es ist schon witzig, durch dieses schlechte Bildmaterial und die etwas zu schnellen Ablauf von diesem ganzen Zeug, ähm, der tritt, der tritt der Pinguin, oder ich weiß auch nicht genau, was ist denn das, was hatten die da, was haben die da Angst vor? Und da stehen sie wieder rum, da stehen sich Pinguine und Menschen wieder gegenüber. Das hat schon was echt witzig, absurdes, wie ein absurder Film, das hat er getackelt, aber es hat er den Pinguin gefangen, okay, vielleicht haben sie die ganze Zeit nur versucht einen Pinguin zu fangen, aber die rennen dann auch so hektisch hin und her. Okay, vielleicht wollen sie checken, ob sie Pinguine essen können, das kann ja auch sein. Haben mich tatsächlich nichts zu, ich wollte den Film irgendwie ein bisschen mal, also weil es das halt einfach gab und ich hab mir ein paar andere Schnipsel angeguckt. Das ist interessant, aber ich wusste nicht, dass es Filmaufnahmen von einer Antarktis-Expedition aus dieser Zeit gibt und dass diese Filmaufnahmen daran bestehen, dass eine japanische Crew aus Wissenschaftlern und Seeleuten, dass die da Backpfeifen an Pinguine verteilen und wirklich so wahrscheinlich hinzugucken, was passiert. Ja, oder vielleicht endlich ist mal was los und ein bisschen Kreislauf in den Spunnen bringen. was passiert, wenn ich das mache? Ich glaube, wir müssen nicht das ist ein bisschen trial and error. Ja, wir müssen dem auch nicht weiter nachspüren. Zurück zu Nobu, seine Memoiren liegen dann leider wie Blei in den Regalen und durch den Umweg über Australien hatte er noch viel mehr Schulden als ursprünglich veranschlagt und er muss jetzt die Schulden abbezahlen. Er ist wieder da, der Ruhm ist verflogen und in den 20ern tut es mittlerweile 60, versucht er es noch mal auf den Kurilen mit einer Pelzfarm. Das geht auch nicht gut. Und ja, er tourt mit seiner Geschichte, er tingelt so über die Lande durch die Veranstaltungssäle und hält so Dior-Vorträge, wo er wahrscheinlich auch zeigt, wie sie Bingwine verdreschen. Und 1927 trifft er in Tokio erstmals Roald Amundsen. Die hatten sich ja damals knapp verpasst. Ja. Und ja, 1935 er ist schon wirklich sehr alt und dann ist er schuldenfrei, hat das abbezahlt. Und in den 40ern schreibt er seine Memoiren noch mal auf und stirbt im hohen Alter 1946 in einer kleinen Mietwohnung über einem Fischgeschäft. Aha. Und ja. Also er ist auf jeden Fall weiter in diesem Business geblieben und nicht verbittert zurückgegangen, sondern das war so sein sein, 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 sein Ding. Ich glaube, er war damit zufrieden. Er hat richtig was entdeckt. Der ganz große Wurf war es dann wohl nicht. Aber naja, er hatte halt auch nicht die besten Voraussetzungen. Sein Schiff war halb so groß wie das von Amundsen und ein Drittel so groß wie das von Scott. Also mal in dieser unser Eins, der von irgendwelchen Netflix-Dokus irgendwie schon überall auf der Welt war und alles kennt, soll man sich auch nicht so weit zurücklehnen. Ein Riesenabendheuer und ein Riesen, wie will man sowas sagen, wie sinnlos ich mal so sein mag, aber trotzdem ist es ja eine Riesenleistung, sich da durch solche unwirtlichen Gegenden zu bringen und das da hinzubringen und dann da rumzuspringen und Pinguine zu ärgern. Das ist ja schon was Bemerkenswertes so. Auch wenn das jetzt nichts für die Geschichtsbücher ist, weil da halt nicht zufälligerweise was Besonderes gefunden worden ist. Es ist ja sozusagen eine sich selbst auferlegtes Abenteuer und Herausforderung und Hardship. Er wollte das machen. Ja, das ist halt alles selbst ausgesucht, diese Hardships, die er hat. Aber ich finde es halt bemerkenswert, die sind da alle mit dem Leben davon gekommen und hatten alle eine Wahnsinnsgeschichte zu erzählen hinterher und Janobu halt einen Haufen Geld abzubezahlen. Und das Andenken an ihn wird erst so in den 1950ern wieder lebendig, wenn auch Japan in die Antarktis-Forschung einsteigt und dann wird ein großer Gletscher in der Antarktis nach ihm benannt. Könnt ihr mal suchen, ist ja heute wieder eine Atlas-Folge und 1980 wird, baut so die japanische Arktis-Forschungsgesellschaft oder ich baut nicht, aber lässt bauen einen absoluten Hightech-Eisbrecher und der wird Shirazenobu genannt. Aha. Und dieser Eisbrecher tuckert 30 Jahre durch die südlichen und nördlichen Welt, also da, wo es kalt ist, tuckert durch, wird 2009 durch den Nachfolger ersetzt, der ebenfalls Shirazenobu heißt und in der Populärkultur habe ich wahnsinnig wenig über ihn gefunden, nämlich genau Nüschte. Also wer da irgendwie was gefunden hat, irgendein YouTube-Kommentar sagt, der und der Manga hat mich hierher gebracht, aber da habe ich dann auch wieder nichts gefunden, als ich das mal gesucht habe und meine Hauptquelle war eine ganz interessante, nämlich eine philosophische Dissertation, wo es nämlich darum ging, um dieses Zeitalter der heroischen Arktis-Expedition. Und nämlich nicht die dann, was dann später vielleicht kam, so eher die wissenschaftliche Arktis-Expedition, sondern so Dudes machen sich auf den Weg und entdecken da einen. Und dann wird das halt so aufgedröselt, wie das zum Beispiel zu dieser Meiji-Restoration passt und wie das aber auch so zur Zeit des Imperialismus und der viktorianischen Zeit passt und wie sich diese Macker-Dude-Kultur der großen Entdecker-Männer, wir hatten ja schon mal über ein paar Widerlinge gesprochen in Afrika. Und ich glaube auch nur, dass da nicht so viel gemetzelt wurde, weil da keine Leute waren. Ja, wobei, das ist ja immer ein bisschen die Frage, bei diesen afrikanischen Leuten hatte ich schon ein bisschen den Eindruck, das ging auch schon darum, eine gewisse Macht oder einen gewissen Reichtum sich irgendwo anzueignen, durch halt Rücksichtslosigkeit der Leute gegenüber, die da so rumspringen. Und das ist ja wirklich eine Sache, ich beweise es mir selbst. Das ist ja schon ein bisschen anderer Antrieb dahinter, behaupte ich jetzt mal, also auf den ersten Blick. Aber das ist, was wir eingangs hatten, so dieses Spannungsfeld aus, ich will was krasses erleben, machen, tun. Oder ich bin halt für meine, bin halt für meine Nation unterwegs. Oder ich bin halt raubender Mordbube. Und die, ja, und dann ist es wahrscheinlich so, jeder einzelne von diesen Dudes hatte so seinen eigenen Schwerpunkt. Und beim Shira Zenobu war es halt wirklich dieses, ich will Feuerwehrmann werden. Äh, ich will Entdecker werden. Ja, ja, genau. Ja, ist wichtig. Und sag mal, was mir noch aufgefallen ist, bei jetzt, um den Bogen zum Star Trek zurückzumachen, oder kommt das von dir gleich an? Ja, nee, das ist einfach nur, weil Maru heißt Schiff. Weil der hieß doch auch, ach so, Maru heißt Schiff, das wäre meine Frage gewesen. Entschuldigung, das war ein bisschen lame. Ich hatte ursprünglich gedacht, ich mache eine Einleitung wieder mit was Japan und was mit Wrestling oder so, aber da habe ich gedacht, nee, komm, heute mal nicht. Ich habe da noch ein paar Sachen im Köcher. Und. Aber Kobayashi Maru, warum das so heißt, hast du die Star Trek Lore soweit durchschritten? Ja, der Nachbar vom Drehbuchautor hieß so. Ach so, alles klar. Ja, sorry. Stand zumindest im Wikipedia-Artikel. Okay. Ja, aber es muss halt nicht immer die No-Win-Situation sein, sondern, also er hätte sich, boah, die hätten sich ja auch gut und gerne in so eine No-Win-Situation rein manövrieren können und da auch alle erfrieren. Ja, also auch zum Südpol zu laufen, obwohl das schon abgegrast worden wäre. Da hat er letztendlich auch eine sehr kluge Entscheidung getroffen und gesagt, dann bleiben wir halt hier, bevor wir uns hier alle ins Verderben stürzen. Da reicht es doch, wenn die Hunde drauf sind. Pinguine sind mit einem blauen Auge davongekommen, in diesem Falle. Ja. Und da endet jetzt auch die Geschichte von Shira Zenobu und dem Dritten im Rennen um den Südpol, den keine Sau kennt. Ja. Es gibt noch einen Haufen anderer Expeditionen, die auch keiner kennt. Ein Jahr später war nochmal ein Deutscher da und da kann man wirklich nochmal tiefer graben. Und dann gab es ja auch, und das war, glaube ich, auch für mich der Auslöser, kurz darauf ist ja Ernest Shackleton nochmal hingefahren und dessen Schiff ist ja dann spektakulär gesunken und vor ein paar Wochen, das kann man jetzt, oder haben viele Leute, ich glaube auch auf Geschichtspodcasts, da hat der ein oder andere mit PodcasterInnen von uns was zugemacht, weil nämlich Anfang des Jahres wurde die Endurance in der Antarktis gefunden. Ach, ich dachte, ich habe das ja mal nach dem Norden gelegt. Ich dachte, das wäre eine Geschichte mit einer Westpassage gewesen und da ist irgendwas wieder freigetaut. Das war in der Antarktis, ja? Vielleicht habe ich das nur oberflächlich gelesen. Ja, check mal die oder du hast es. Ja, check mal die Checkleton und die Endurance bei unseren FreundInnen und Freunden auf geschichtspodcasts.de Hört, ja genau, guckt euch die Pinguine an. Das ist wirklich, auf jeden Fall. Weiß ich auch nicht. So ein bisschen musste ich lachen. Outrageous. Das ist mir aber auch das Lachen im Halse stecken geblieben. Ja, es ist halt lustig und gleichzeitig auch fährt man um die halbe Welt nur um Pinguine zu schubsen. Aber gut. Und immerhin keine Robbenklopperei. Ja, genau. Ja, on that bombshell. Danke dir für die Zeit, dass du dich hier am Nachmittag hingesetzt hast. Vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dich in den Abenden hingesetzt hast, das zu recherchieren. Ja, das war immer, das wurde immer, das ging immer noch tiefer. Das war Wahnsinn. Und ich habe da auch ein paar andere Sachen schon rausgeholt. Nächste Woche haben wir dann wieder eine kürzere Fußnoten-Folge. Und bis dahin, ja, bleibt uns gewogen und dir nochmal weiterhin gute Besserung, dass du vollständig restauriert bist wie die Meiji. Danke. Danke, danke. Und euch allen anderen macht's gut und tschüss. Tschüss. Tschüss.